Es ist ein Schauspielpunkt auf dem Topflug des Malls. Es gibt keine Krates auf den Rooftop. Das wäre ein guter Ort, um sie zu sehen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich hin muss, auf Ebene 6. Logisch, immer höher, immer höher. Gucken wir mal ... Aha, haben wir doch schon was. Ach, ich muss da runter. Irgendwie ... Ah, jetzt ... Mal gucken, wie fit der Junge ist. Das ist immer das das Problem hier. Irgendwer aus, oder? Das schafft er nicht. Ich muss da auch mal aus da holen. Damit wir das kurz anschauen. Okay, jetzt hier hoch. Oh ... Oh ... Oh ... Ja, genau. So, und nun ... Ja, jetzt kann ich da drüben hoch. Natürlich ... Jetzt war auch alles viel zu ... Äh ... Die Flage schoppe ich da rechts dann. Geh mal hoch. Ja, das sieht cool aus. Okay, okay, das war ... So, das ist ... Das ist ... Das ist nur ein Eckchen. Aber jetzt muss ich da oben spüren. Jetzt kann ich mal spüren machen. Aber ... Ich hoffe, ich habe noch was zu essen. In den Torwart C, soweit ich weiß. Ja, super. Was haben wir denn da? Wasserflasche ... Und ... Und ... Obstsalat ... Ah, den wir im Haus gefunden haben, stimmt. Ich denke mal, ich werde Obstsalat essen. Und ... Und noch die Wasserflasche ... Aspringbecken erleben. Das habe ich fast voll. Ah ... Okay. Kleiderhaken aufgehoben, ne? Immer gut, immer gut. So, jetzt sind wir hier ... Auf Ebene 6 sogar. Und müssen jetzt ... Hier nach hinten ... Ist das so einfach, wie ich mir vorstelle? Nee, ist das nicht. Komm ich da runter? Ja, komm ich. Krapseln wir mal da runter. In der Hoffnung ... Das ... Ja ... Fallen lassen ... Ah ... Darüber kommen wir jetzt aber ... Wahrscheinlich auf Ebene 5. Ich schau mal kurz ... Nee, immer noch Ebene 6. Okay, gut. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt ... Irgendwas finden ... Für die kleine ... Ich werde den Namen gerade nicht mehr ... Sully ... Kann es sein ... Nee, oder? Ähm ... Ich müsste da sein ... Wahrscheinlich das Licht hier ... Von Glas benutzen ... Na, machen wir das mal. Das sieht aus wie ein ... Kind of hoch ... Das ist wahrscheinlich, warum es nicht getestet wurde. Es sieht aus, dass das Gebäude unter Konstruktion war ... vor dem Event. So ... Benutzen wir mal das Ding hier ... Na? Jetzt läuft er. Ich dachte schon. Ich habe nämlich so eine scheiß Funk-Traktatur ... Und ich glaube da ist schon seit ... Eine gewisse Zeit die Batterie ziemlich leer ... Das ist gar nicht ... Ist das jetzt ... Wir werden spielen ... Die Tastatur leer geht ... So, dann lädt es kurz ... Sollte eigentlich ziemlich schnell gehen ... Ja ... Medizin aus der Kiste besorgen ... Medizinkiste ... Okay ... Wieso komme ich jetzt nicht mehr aus dem ... Inventar raus ... Ich glaube es lädt noch ein bisschen ... So ... Gut gemacht ... Das ... Was man die Sachen ... Weil es ist alles so grau und ... Schwider ... Das reicht mir ... Also grau ist so schön ... Lichtstrahl ... Über die Sachen ... Die man ansammeln kann ... Muss ich da runterrutschen ... Ich denke schon ... Da komme ich dann halt nicht mehr hoch ... Das ist ziemlich ... Ziemlich ziemlich staubig ... Okay ... Oh ... Lass man rutschen oder? Ah ... Da spritzt die Beine ... Es ist ohne ... Jetzt ist mit ... Ähm ... Bisschen Action wäre mal wieder toll ... Ich denke mal ... Ich müsste auch hochkrabseln ... Ja ... Nicht ... Worte ... Schon gelesen ... Need weed ... Ich komme da jetzt gar nicht hoch ... Oder wie ... Ah doch ... Mit der Taste ... Geht es auch schneller ... Nee ... Geht nicht ... Wollen den jungen Hörner hier auch nicht ... Hopp ... Gleich fertig machen ... In jedem Fall nicht so einfach ... Hier die Gegend ... Kann ich auch blinken ... Ja ... Ein bisschen ... Ist ja spätlich ... Aber es geht ... Was passiert ... Nichts ... Er huschtet ... So ... Wir sind ... Hier ... Wir müssen einfach gerade ... Husten ... Wir müssen den Hörner 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 ... Mh ... Gerade aktualisieren ... Geht es nicht weiter ... Dichten Staub ... Wird auch so ... Ständig verbraucht ... Ok ... Ok ... Klettern sie über den Staub ... Wo denn ... Wo denn ... Ah doch ... Das erhebt sich ... Das habe ich schon ... Das ist meine erste ... Ständig ... Im Gang ... Stau ... Ist das ... Anstrengend ... Reicht das? Ja ... Das reicht ... Jetzt kommt was aus dem Staub ... Was sind wir da ... Was sind wir da ... Na ... So ... Gerade kurz ... Es sind ja fast da ... Es sind ja fast da ... Was ist das Problem ... Wahrscheinlich ... Wieder zurück ... Zu unserer kleinen ... Die müsste jetzt hier unten sein ... Macht er das ... Oh ... In die ... Aber ... Ich sollte das ... Ah ... Da oben ... Es sieht aus wie ... Ich könnte ... Von hier ... Hat er mit seinem Staub ... Jetzt habe ich es langsam kapiert ... Ja ... Nicht dran ... Wobei ... Na ... Komm schon ... Warte ... Warte ... Wie jetzt ... Zeit ... Warte ... Zeit ... Spiralisiert ... Warte ...